Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, kommen wir der Wahrheit um Lauras Verschwinden näher. Seit Wochen gilt Laura, Krüssenzi Kavasi, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, als vermisst. Immerhin wissen wir bereits, dass sie nicht tot ist. Vor zwei Wochen sahen wir sie in einem Hotelzimmer in einem orientalischen Land unter einem Kopftuch versteckt. Jetzt kommen wir der Wahrheit näher. In der GZSZ-Folge, die am kommenden Dienstag, 20. Juni, um 19.40 Uhr im FreeTV auf RTL zu sehen ist, telefoniert Geheimagentin Zoe, Lara Seibert, mit ihrem Kontaktmann. Diesen Gespräch können wir ein wichtiges Detail zu Lauras Verschwinden entnehmen. Auf RTL Plus ist die Episode bereits zu sehen. Sternchen, GZSZ, hat sich Laura mit viel Geld abgesetzt? In den letzten Folgen erlebten wir, wie Zoe den Kollekiez nach und nach unterwanderte und sich das Vertrauen von Lauras Umfeld erschließ. Sie nutzte nicht nur Yvonnes, Giza-Zach, Gutgläubigkeit aus. Um Gernas, Wolfgang Barrow, Wohnung zu verwanzen. Außerdem verführte sie John, Felix von Jaschaov. Und jetzt gelingt ihr der nächste große Coup. Ja, Zoe fängt bei WL als Sekretärin an. Doch was haben ihre Recherchen bisher ergeben? Vor allem, dass weder John, noch Yvonne zu wissen scheinen, was mit Laura passiert ist, obwohl sie fest davon ausging, dass sich die Vermisste bei einem der beiden gemeldet haben muss. Wahrscheinlich hat sich die Lehmann mit der ganzen Kohle abgesetzt, ärgert sich Zoe am Telefon. Laura also wieder das Biest? Dem widerspricht eine Aussage, die Laura-Darstellerin Chrysensi Kavasi, 34, an ihrem ersten Drehtag nach der, Let's Dance, und Urlaubspause gegenüber RTL tätigte. Die große Frage ist ja nicht mehr, ob Laura zurückkommt, sondern wie Laura zurückkommt. Kommt sie zurück als die alte Laura? Zweites schließt die Schauspielerin aus. Anführungszeichen. Sie ist verängstigt, erklärt Kavasi. Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren? Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John? Hat Laura sich mal wieder ein Eigentor geschossen? Erfahren werden wir es wohl erst im August, wenn sie wieder auf den Kollekiez zurückkehren sollte.